moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge castle of hearts exklusiv für die nintendo switch ja ich würde sagen wir legen einfach mal los wir sind kapitel 2 welt abschnitt ein anderes setting wie man sieht ja also der boss zum schluss war gar nicht so schlecht aber hat jetzt auch nicht so viel gerissen in der letzten folge deswegen gucken wir mal ob jetzt irgendwas neues jetzt grafisch sieht es wirklich gut aus auch kulissen mäßig auch schon wieder die alte frauen äppeln seht ihr es ritter aus stein würde dir gern apfel kaufen ich suche nach der natter einer alten kreatur die wissen könnte wie man den zauberer besiegt ihr werdet weit reisen müssen unsere vorfahren sperrten das reptil in einer höhle tief im wald auf dass sie niemanden erschaden kann hunderten von jahren verschlangen sie junge frauen und niemand konnte sie erschlagen sich in diese höhle zu wagen ist wahnsinn ich habe keine wahl ist dies der rechte weg das ist er geht voran doch vorsicht vor dem wald volk sie dulden keine fremden so geht es weiter würde ich sagen also also ich dachte man könnte das durchhauen da kann man durchkrabbeln ok meine bärenfalle ich habe da kein wapp wie soll ich denn ach so von da vielleicht das war ja clever einfach schönes feuer um dieses blöde ding zu bekommen na gut ach guck mal hier erster checkpoint den sumpf wollen wir nicht versenken soll ich mal aus der höhle raus ach es gibt doch gar nicht viel ist verbessert so lustig dass stein brennen kann das wäre auch gemein mit dem gewisch das wird wieder nach oben wie soll ich da ran kommen ein bisschen baumschlummen sprengen kein werk na gut na gut du bist da denn musst du ein bisschen aufpassen auf dem boden hier ok auf jeden fahrrad Aber stimmig sieht es schon aus, auch im Hintergrund und so, also muss ich sagen. Ich hab hier noch keine Gegner gesehen bis jetzt. Ah, es gibt's doch gar nicht. Kann ich den ja treffen, bin doch rüber gesprungen. Gut. Ich bin ein Leben. Okay. Macht nichts. Wo das halt Checkpoint war, mit einem Arm. Oh. Alter. Da bin ich nicht. So. Zack. Oh, warte, hier unten ist vielleicht auch noch... Ist da oben die Gäbenfalle drin? Ne, ne? Guck mal her. Vielleicht die Arme drauf nehmen. Ah. Ah. Rödes Viech. Oh, ich hätte mal nur rüber springen können. Soll ich das mal machen? Guck mal hier. Ah, super. Ein kleines Trühchen. Ich hab schon einen... Ich hab echt schon einen verpasst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. So ist es. Ach, das ist doch gescheuert. Ich dachte, das wäre ein... Ich dachte, das wäre eigentlich... ...was cooles. Man weiß ja nicht, wo man reinsprungen kann, oder nicht. Haben wir schon blöd gelöst. Okay. Okay. Oh, ne. Warte. Oh. Okay. Na gut. Dann kann man vielleicht hier links laufen. Ist das mal verkehrt? Nein! Ah, guck mal. Jetzt haben wir auch die Messer gleich hier bekommen. Ist auch nicht schlecht. Ah, guck mal. Ist das schon ein Leben? Ich weiß jetzt nicht, wie ich runter kann. Okay. Oha. Ja, also... Ohne die, ähm... Ohne die Pfeile wäre es echt schwierig, da wegen den Vögeln. Wenn das echt nervig ist. Na, wo ein Check-Fund. Na gut. Okay, müssen wir vielleicht bei Gegnern machen. Sonst hat das schon keinen Sinn gemacht. Oder greifen mich an, wenn ich runterlaufe. Oh! Ja, klar greifen wir an. Na gut. Oh, warten wir mal kurz, dass wir sich gezogen haben. Ist doch leichter. Check-Fund. Oh! Oh! Äh? Woll ich es nicht mehr nehmen? Wieso? Und... So, den nehme ich auch mal mit hier. Ah, ich bin vergiftet. Das ist ja auch fies. Ah! Nice. Okay. Ähm. Oh! Steuerung ist echt ein klein bisschen schwammig, denke ich. Aber... 0-J! Schwert. Wir haben dieses andere Ding. Keine Ahnung, was härter ist. Wir proben wir mal das andere Ding hier. Für mich ist es ja ein bisschen... Aber man weiß es nicht. Oh! Oh! Was metzelt der mich da einfach nieder? Oh, dann muss man bis zum Zoll wieder rein. Okay, wie machen wir das jetzt? Vielleicht muss man ja nicht mehr so viel rein. Oh! So, wo du das jetzt auch anbelangst, ist ja alles gut. Also,, wo du das einfach niederlässt, ist ja mittels. Oh! 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 Boah! Mann! Das ist aber auch um. Okay. Ah, hier eine Axt. Ist ja auch nicht schlecht. Warte mal ab, wer da reinkommt hier. Oh nein! Wie dumm war das denn? Boah! Ja, warum ist der so stark? Okay. Ich glaube das ist der Viech, das mich gleich umbringen wird. Ah! Okay, bin mir nicht sicher, ob der mich nochmal erwischen kann hier. Sicher ist sicher. Nein! Nein, ich habe das Feuer. Oh! Och, Mann, oh! Okay, das ist wirklich ein bisschen hart gerade alles hier. Ja! Oh! Warum hält er mir her? Okay. Ah, das ist doch mal nicht. Wir wollen doch noch ein bisschen Wasser mehr besiegen, aber... Dann könnte ich ihn irgendwie besser besiegen. Aber das ist anscheinend nicht so. Oh! 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 ... ... ... anlass kriegen muss er nicht oh nein chill oh haben wir ein Glück das gibt's noch gar nicht aber gut dass wir ein checkpoint erwischt haben aber trotzdem ist es schon ganz schön hardcore ey Alter ich brauche irgendwie härtere Waffen passiert da gar nichts oh ich muss da hinten langsam dieses Ding da zu holen aber jetzt komme ich da nicht mehr hin ach das ist doch auch kacke oder komme ich da oben rüber doch da oben rüber könnte ich kommen aber obwohl das kommt ja gar nicht hoch das ist ja in Falle ja das ist doch das ist doch auch bescheuert na gut wird mir auch nur bescheuert oh ich sterbe okay es ist wirklich nicht so leicht wenn man denkt nein oh schon wieder gemacht immer wieder den gleichen Fehler das blocken ist auch nicht so super nützlich wenn ich gerade oder was ist denn das andere jetzt für eine Bombe die ich da habe ah eine Feuerbombe okay war nicht so schlecht war nicht so schlecht auch mal aufzuprobieren hm das ist doch ein bisschen blöd ja super wieso warten dass sie sich verzogen haben aber jetzt fähre ich schon wieder zu viel Energie weil ich so viel verbrauchen muss ach super ok ja guck mal hier ist genau die gleiche kacke oh ok muss einfach nur schnell sein was kriegen wir hin boah ok das war jetzt nicht so schwer aber ok wenn ich da rüber knallt mir das Ding in die Fresse oder was anscheinend holen wir mal die Axt mit ach so cool kann er das nicht kann er nicht erwischt werden davon und dann hinterher da kommt er komm hier schnapp sie dir wird trotzdem hier erwischt davon das ist doch gescheuert ok man kann die Fallen ganz gut ausnutzen oh na geht natürlich nicht ah ok warte ach so ist schon weg na gut ist mir auch egal hoch den kann er wahrscheinlich nicht oh 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 dumm oh ah warte ach kriegen wir das noch hin ne ah das war auch gerade echt fies in der Bärenfalle lang komm mal her ich hab ne Idee ich renne da jetzt selber rein und dann werde ich mich erwischen damit hoffe ich zumindest wer ist so wird klappen genau ok oh wo das noch nicht aber vielleicht so ah Ah! Okay. Ich muss auch nur ein bisschen geschickt erwerden, glaube ich. Ach. Bitte! Kommt auch keiner hinter mir her hier, ne? Ah, okay. Also kommt hier was rüber. Ach guck mal, da ist schon wieder ein Checkpoint. Ist hier was drin noch? Außer der Falle? Wie dumm. Okay. Okay. Okay, der Vogeln krieg ich wahrscheinlich. Ah, hier. Ach, ich hatte einen Hax. Ne, dann behalten wir natürlich die Axt. Super. Okay, dann noch jetzt. Oh! Oh nein! Hm. Oh nein! Das war ja dumm. Das war ja dumm. Das war ja dumm. ... ... ... ... ... Alter! Na gut, ihr könnt sehen, dass ich hier 1.000 Tote sterbe. Das ist da oben der Vogel, der nervt aber auch da oben. Ich komm da auch nicht ran. Ich hab ihn schon 5.000 mal gefiltert. Ah! Oh, nee, komm. Okay, hier muss man es clever angehen. Ich muss den, glaub ich... Guck mal, wie ich das mach, ich weiß es noch nicht. Der Vogel nervt mich einfach nur. Der nervt mich so hart. So. Na. Okay. Ah, das trifft er mich echt noch damit, ne? Das ist doch echt der Wahnsinn. Okay. Ich weiß nicht, wie viele ich töten kann, aber... oder wie viele noch sind, das ist das Problem. So, das ist mal ein beschissener Vogel oben. Oh! Oh nein! Och man! Boah, es ist echt... Es ist echt schwer, das Spiel, muss ich grad mal sagen. Oh. Oh, muss er mich enthauwischt, ne? Also man muss echt, echt tricksen hier, das nervt. Nein! Komm! Ey, wieso trifft er mich mit diesen beschissenen Dings noch? Sorry. Schau mal. Okay. 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 nein jetzt kommen die alle hinterher machen ich aber nicht so viel leben nur gut, müssen wir anders machen nein, ich kann es nicht abutschen, scheiße dachte ich könnte den so weit war ich glaube ich noch gar nicht Leute, Leute, Leute für einen Abschnitt, so lange gebraucht nun gut, habt ihr gesehen, wie oft man sterben kann und ich habe keinen Stern geholt äh, keinen Diamanten geholt so ist das danke euch fürs Zuschauen, hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei bis dahin, tschüss